gut hallo und herzlich willkommen zu folge nummer 2 von battlefield 4 starten wir den angriff den wir an der letzte erreiche das verbriefdach 4 steht er der steht mit dem rücken zu uns der auch werde ich folgendes machen sie ist ja noch voran da die wände zu stehen nahkampf war auch war war bei 11 zack so Die ist gut, Alter. Ich mag die. Wer ist wo? Oh, da kommen... Danke. Vorsichtig. So. Das waren alle, wa? Dahinten haben wir auch schon einen Sprengstoff. So. Alter, das ist ja ein Riesengebiet. Sehr weitläufig. Äh, hoppla. Das finde ich blöd, dass man das geheilt... Äh... Baaah! Ja, lass mich noch die Idioten markieren und dann... Ja, ich seh sie. Die mach ich fertig. Dankeschön. Man. Da hinten nochmal drei. Da haben wir überall Sprengstoff. Huch. So. Können wir hier ein bisschen... Ah. Ein bisschen snipen. Ausgeschaltet. So, immer schön hier alles absuchen. Das Schöne ist, die ganzen Special-Sachen und so die leuchten so weiß, wie diese Waffe, die ich hier gerade in der Hand habe, in der letzten Folge. Ja, ja. Seid doch mal ruhig. Mann, 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 Mann. Aber hier glänzt leider nichts. Da haben wir irgendwas. Irish. Der wird gleich in die Luft gehen. Zeig ich doch. So, haben wir noch irgendwo... Wo? Ah, schauen. Ui. Man muss echt... Man muss recht früh nachladen. Huch. Au. So. Nummer zwei. Dankeschön. Au. Okay. Dann... So. Money für die AK. So, ich wechsle mal die Waffe. Huch. Moment. Jetzt. Hier. V-Justierung. Ah, da unten. Okay. Oh. So, was haben wir da? Sprengstoff wieder? Jawohl. Waffenkiste. Die Scarf. Wollen wir mal wieder wechseln? Ich will für möglichst versuchen, viele Waffen zu zeigen. Wie wir den da... Ah, Sekundärwaffe nehmen wir mal hier die kleine. Primär würde ich wieder die AK, aber ich finde die gut, die AK. So. Oh. Ah. Deckung, 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 Deckung. Alter. Alter, wie geil. Panzerfaust. So. Angriff. Bestätige, wer schuss? Und los geht's. Schast. Alter, er ist gerade alles in die Luft gegangen. So, da hinten. Oh. Das geht recht flott. Sochtest du mal später eine bessere Deckung. Ja, komm, komm, komm hoch. Ah, diese KI, Alter von denen. So, da hinten. So mal. Schön schwer auch zu treffen. Also das Waffengefühl ist hier bei Battlefield 4 der Hammer. Squad Kill. Uiuiui. Uiuiui. Super. Äh, da haben wir noch, da haben wir noch das da. Da haben wir hier da. Huch. Nein. Genau. So, nachgeladen. Irgendwo hier war noch einer. Oder auch nicht. Ja, schauen. Jetzt. Keine Ahnung, wo ich langs soll. Ah. Uh. Ah, komm. Schnell dahinter. So. So. So, alles mit Ruhe. Ha, Granata. Lauf. Vollidiot. Ah. Bye. Vollidiot. Warum stirbst du nicht? So. Da kommen die nächsten zwei. Komm schon. Ich weiß doch, dass du da bist. Hm. Hm. Leider kein vorne-Mantel-Geschuss. Sonst wäre ich jetzt da durchgekommen. Next place. Weiter im Sonderangebot. Weiter im Sonderangebot. So. Nachladen. Lade nach. Also bis jetzt gefällt mir das richtig geil hier auch die Sonnen-Effekte. Ich finde, die haben ja Sonnen-Effekte, sondern für mich bei einem Spiel so der Beweis, es ist gut. Gecken, Jungs. Im Moment gibt's halt nur Battlefield 4 und Bioshock-Infinate. Und, äh, demnächst auch noch, ähm, Dingens, wie heißt's, DayZ oder DayZ. Mit dem Herr DreamTax wird ein L.P.T. Das ist der Schnellste. Keine Zeit für Erkundungstouren. Ja, ja, ja. Warte, bis du die Aussicht gesehen hast. Oh, Ruckel. Na, halt, äh, Bioshock und Battlefield 4. Wenn Battlefield 4 zu Ende ist, wird's, äh, wahrscheinlich noch ein L.P.T. geben mit dem Herr DreamTax. Oder auch ich alleine teilweise, und zwar im Multiplayer. Das wird, sag ich, das wird, denke ich mal, der, äh, WTF. Ein Apeggie, Apeggie, FUK. Lauf, 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 lauf. Lauf! Ah, runter. Können wir? Weiter. Ren doch. Warum rennt der nicht? Ich humpel. Ah, scheiße. Alter. Chill, deine Mutter. Oh. Ja, wir kommen, wir kommen, wir kommen, wir kommen. Mann. Drexhubschrauber. Scheiße, 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 scheiße. Dramatische Wendung. Ah, da ist sie. Was ist denn die Intel? Ich würde gerne mal wissen, was die Intel ist. Renn, rennen, 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 rennen. Nein. Oh. Alter. Alter. Halt den Hubschrauber unter Kontrolle. Ah. Oh, Glück gehabt. Oh, oh. Fuck. Ei, ei, ei. Au. Au. Äh. Nein. Ei. Scheiße. Scheiße, bin getroffen. Bin getroffen. Phoenix. Das war's mit dir. Scheiße. So, was siehst du hier? Du siehst hier die Endcard von meinen Videos. Unter den ganzen Titeln bin ich erreichbar. Auf YouTube, Facebook, Twitter, Google Plus oder Skype bin ich auch erreichbar. Schreib mir PNs oder sowas, was du gut findest, was nicht. Liken, abonnieren, irgendwas. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Freut mich, wenn du wieder dabei wärst. Und wir sehen uns dann, wenn du wieder dabei wärst. Und wir sehen uns dann, wenn du wieder dabei wärst. Und wir sehen uns dann, wenn du wieder dabei wärst. Und wir sehen uns dann, wenn du wieder dabei wärst. Und wir sehen uns dann, wenn du wieder dabei wärst. Und wir sehen uns dann, wenn du wieder dabei wärst. Und wir sehen uns dann, wenn du wieder dabei wärst. Und wir sehen uns dann, wenn du wieder dabei wärst. Und wir sehen uns dann, wenn du wieder wärst. Und wir sehen uns dann, wenn du wieder wärst. Und wir sehen uns dann, wenn du wieder wärst. Und wir sehen uns dann, wenn du wieder wärst. Vielen Dank.